Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ashwagandha ist eine Pflanze, die seit Jahrhunderten in der ayurvedischen Medizin verwendet wird. Sie hat eine lange Geschichte in der traditionellen Medizin Indiens und wird dort hochgeschätzt. Ashwagandha, auch bekannt als Schlafbeere oder indischer Ginseng, ist eine kleine, krautige Pflanze, die in Indien, dem Nahen Osten und einigen Teilen Afrikas heimisch ist. Diese Pflanze hat mehrere gesundheitsfördernde Eigenschaften. Eine der bekanntesten ist ihre Fähigkeit, Stress zu reduzieren. Ashwagandha kann dazu beitragen, die Produktion von Stresshormonen wie Cortisol zu regulieren und das Nervensystem zu beruhigen. Darüber hinaus hat Ashwagandha auch positive Auswirkungen auf das Immunsystem. Studien haben gezeigt, dass die Einnahme von Ashwagandha die Aktivität der natürlichen Killerzellen erhöhen kann, die für die Bekämpfung von Krankheitserregern und Krebszellen verantwortlich sind. Des Weiteren wirkt es entzündungshemmend. Entzündungen können zu verschiedenen Erkrankungen wie Arthritis, Herzkrankheiten und Diabetes beitragen. Ashwagandha kann helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und somit das Risiko für diese Krankheiten zu verringern. Neben diesen allgemeinen gesundheitlichen Vorteilen gibt es auch spezifische Anwendungsbereiche für Ashwagandha. Zum Beispiel kann es bei Schlafstörungen helfen, indem es die Schlafqualität verbessert und die Schlaflosigkeit reduziert. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Ashwagandha bei der Verbesserung der kognitiven Funktionen helfen kann. Es kann die Gedächtnisleistung steigern, die Konzentration verbessern und die geistige Klarheit fördern. Diese Effekte sind besonders nützlich für ältere Menschen oder Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Anwender berichteten, dass es auch insgesamt ihr allgemeines Wohlbefinden steigern konnte. Ashwagandha wirkt adaptogen. Das bedeutet, sie hilft dem Körper, sich an Stress anzupassen. Sie kann die Cortisolwerte senken, was zu weniger Angst und besserem Schlaf führt. Außerdem kann Ashwagandha den Testosteronspiegel erhöhen und die Fruchtbarkeit bei Männern verbessern. Es kann auch die Muskelmasse und Kraft erhöhen, was es zu einer beliebten Ergänzung für Sportler macht. Die Pflanze enthält auch starke Antioxidantien, die das Immunsystem stärken können. Dies kann helfen, Krankheiten abzuwehren und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Einige Studien deuten darauf hin, dass Ashwagandha auch in der Lage ist, den Blutzuckerspiegel zu senken. Dies macht es zu einer möglichen natürlichen Behandlung für Diabetes. Einige Menschen berichten sogar, dass es ihnen geholfen hat, Symptome von Depressionen und Angstzuständen zu lindern. Beachten Sie bitte, dass Ashwagandha nicht für jeden geeignet ist. Schwangere, stillende Frauen und Menschen mit bestimmten Erkrankungen sollten vor der Einnahme von Ashwagandha einen fachkundigen Arzt oder Naturheilpraktiker konsultieren. Während mehr Forschung benötigt wird, um alle Vorteile von Ashwagandha vollständig zu verstehen, ist es klar, dass diese Pflanze viel zu bieten hat. Entdecken auch Sie die vielen Vorteile von Ashwagandha. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ashwagandha eine faszinierende Pflanze mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen ist. Es kann Stress reduzieren, das Immunsystem stärken, Entzündungen hemmen und spezifische gesundheitliche Probleme verbessern. Wir hoffen, dass Sie nun ein besseres Verständnis für die Wirkung von Ashwagandha haben und wie es Ihnen helfen kann, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat. So verpassen Sie zukünftig keine hilfreichen Tipps rund um die ganzheitliche Gesundheit. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, zögern Sie bitte nicht und hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch Gesund!